Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video einschaltet. Heute werfen wir mal einen Blick auf ein paar Pokémon Center Elite Trainer Boxen. Diese haben wir erstmalig in der Schwert- und Schild-Ära bekommen. Es gibt so ein paar Boxen, die extrem gut performen und ein paar insbesondere von sehr, sehr starken Sets, die preislich noch zu einem guten Preis zu haben sind. Diese Pokémon Center Elite Trainer Boxen will ich euch heute einfach mal auf eure Landkarte werfen. Von daher viel Spaß mit dem heutigen Video. Starten wir doch mal mit dem besten Set aus Schwert und Schild und zwar Evolving Skies. Evolving Skies hat richtig viele tolle, schöne und vor allem teure Karten. Das ist ein Grund, warum dieses Set insbesondere mit am besten aus der Schwert- und Schild-Ära performt. Auch die Pokémon Center Elite Trainer Boxen entwickeln sich deutlich besser als viele andere, die in der Schwert- und Schild-Ära auf den Markt gekommen sind. Wir haben hier mittlerweile Preise von 185 Euro aus dem europäischen Ausland. Und 200 Euro aus Deutschland. Wir sehen, wo die Entwicklung herkommt. Die Boxen waren noch Ende 2022 bei um die 120 Euro und sind dann stetig nach oben gegangen. Wir haben auch noch eine zweite Pokémon Center Elite Trainer Box. Ähnlich also so wie bei den normalen Elite Trainer Boxen. Diese Box ist sogar noch ein Stückchen weit teurer. Würde ich mir auch einfach mal hier mit dem Nachtara auf dem Cover begründen. Diese Box ist von ca. 100 Euro von Ende 2022 auf mittlerweile über 230, 240 Euro gestiegen. So zumindest die letzten Verkäufe hier auf Card Market. Der günstigste Preis aus dem europäischen Ausland liegt hier bei 200 Euro und aus Deutschland bei 270 Euro. Also zwei Beispiele, die zeigen, wo solche Pokémon Center Elite Trainer Boxen hingehen können. Und was ich immer erstaunlich finde an diesen Produkten, sind einfach die verfügbaren Artikel. Bei dieser Box haben wir aktuell nur noch 14 Stück auf Card Market vorhanden. Und bei dieser Box aktuell sogar nur noch 11 Stück. Von daher viel Potenzial vorhanden. Klar, es ist das beste Set aus dieser Ära. Von daher performen diese Pokémon Center Elite Trainer Boxen auch richtig gut. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch andere starke Sets in dieser Ära. Ja, die ich mir gleich gerne einmal mit euch gemeinsam angucken möchte. Und insbesondere die Center Boxen, die noch deutlich günstiger sind. Drei Sets habe ich euch insgesamt mitgebracht, wo ich glaube, dass diese Sets zu den Besten aus dieser Ära gehören. Und somit auch, wie gesagt, die Trainer Boxen zu sehr gefragten Boxen werden könnten. Wie ihr seht, haben wir bei Brilliant Stars noch ein paar mehr Boxen hier auf Card Market vorhanden. Also circa 54 Stück. Und eine, ja, Stagnation im Preis in den letzten Monaten. Wann das der Fall ist, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz kriegen wir diese Box aktuell noch für circa 70 Euro eingekauft. 70 Euro aus Deutschland auf Englisch. Ja, ich glaube, Preise bis 80 Euro sind hier super fair, um sich, wie gesagt, so ein besonderes Stück vielleicht auch in die eigene Sammlung zu legen. Ich rede nicht davon, sich irgendwie 10, 20 Boxen zu kaufen. Aber eine, einfach nur, um vielleicht auch dabei zu sein auf dieser Reise, auf dieser eventuellen Reise dieser Trainer Box. Pokémon Center Elite Trainer Boxen sind ja was ganz Besonderes. Die werden nur im, ja, Pokémon Center verkauft, kommen natürlich dann halt auch irgendwie auf Umwege zu anderen Händlern. Wir haben ja bei uns das Problem, dass wir kein Pokémon Center bei uns in Europa haben. Das müsste Pokémon definitiv meiner Meinung nach irgendwann mal ändern, damit auch wir, ja, an solche besonderen Produkte auch mal rankommen. Und halt nicht irgendwie das Doppelte oder das Dreifache für diese Box bezahlen müssen, sondern vielleicht auch einfach auch mal zu UVP ordern können. Haben wir aktuell nicht, von daher müssen wir uns auf dem Zweigmarkt bedienen. Und diese Box sehe ich aktuell auf jeden Fall bei Preisen zwischen 70 und 80 Euro für einen guten Long-Term-Pickup. Also nicht erwarten, dass hier irgendwas in der kurzen Zeit passiert, aber so für die kommenden Jahre definitiv eine interessante Box. Weil ja auch Brilliant Stars meiner Meinung nach zu den deutlich besseren und den besten Sets aus der Schwert- und Schild-Ära gehört. Ebenso wie Fusion Strike auch das ein Set, welches für mich zu den Besten aus dieser Ära gehört. Diese Box mit Mew auf dem Cover macht auch optisch, wie ich finde, auch was her mit dem blauen Hintergrund und dem rosanen Mew. Wirklich, wirklich schön. Und auch diese Box gibt es aktuell noch für circa 73 Euro zu haben. Ich denke mal, bei dieser Box sind auch hier noch Preise bis 80, 85 Euro super fair. Zumal wir hier deutlich weniger Artikel noch auf Card Market verfügbar haben. Also circa 25 Stück. Auch hier eine Stagnation in den letzten Monaten drin, was auch hier irgendwann dazu führen könnte, dass ein Preisausbruch auf 90, auf 100 Euro passiert. Zumal wir hier auch gar nicht mehr allzu viele Boxen da haben. Also von daher ein schönes Sammlerstück meiner Meinung nach. Ja, setzt sich auf jeden Fall auch nochmal von der normalen ETB ab und liefert einfach dieses Premium, dass wir hier A mehr Booster drin haben und B auch nochmal eine andere Optik und eine andere Seltenheit im Vergleich zu der normalen ETB. Das dritte Set, was ich euch mitgebracht habe, ist das von Lost Origin. Auch diese Pokémon Sentai Elite Trainer Box gibt es aktuell noch zu einem reduzierten Preis. Ja, wir hatten in den vergangenen Monaten hier auch Preise um die 90 Euro und sind hier aktuell bei Preisen aus dem europäischen Ausland von circa 74 Euro bis 80 Euro. Also auch hier meiner Meinung nach Preise bis 80 Euro. Also super fair, wenn man bedenkt, dass auch Lost Origin zu den besten Sets gehört, diese ETB irgendwie meiner Meinung nach auch optisch echt was hermacht mit dem Giratina auf dem Cover. Ja, Lost Origin auch eine super teure Chase-Karte mit dem Giratina mit dabei hat. Könnte das zukünftig echt viel Potenzial mit sich bringen. Wer meinen Channel verfolgt, wer meinen Aussagen lauscht, weiß, dass ich immer mehr weggehe von ETBs, also versuche mir eigentlich kaum noch ETBs für ein Investment beiseite zu legen. Außer es sind Special Sets, Sondersets wie Pokémon 151, Crown Zenith, Celebrations, Hidden Fates oder was auch immer. Und eventuell auch hier, wie gesagt, die ein oder andere Pokémon Sentai Elite Trainer Box, weil sie einfach nochmal deutlich seltener und rarer sind, können wir auch hier erkennen anhand den 20 gelisteten Artikel. Und das dann irgendwann dazu führen wird, dass die Preise meiner Meinung nach automatisch nach oben gehen werden. Erst recht, wenn auch die 36er Displays zu dem Set seltener werden und rarer werden. Von daher zwischen 70 und 80 Euro meiner Meinung nach ein fairer Preis für eine Pokémon Sentai Elite Trainer Box, die zu den Besten aus dieser Ära gehört. Das war es auch schon zu dem heutigen Video und zu den Pokémon Sentai Elite Trainer Boxen. Ich sehe Potenzial, insbesondere in den Boxen, die ich euch gerade genannt habe. Denn ja, auch für Investoren liegt der Gewinn im Einkaufspreis. Ich sage es immer wieder, der Einkaufspreis ist entscheidend. Umso günstiger wir an die Produkte drankommen, umso besser wird es für uns in einigen Jahren aussehen. Und deswegen habe ich euch hier einfach mal drei Boxen mitgebracht, die es aktuell noch zu einem guten Kurs gibt, die zu den besten Sets aus der Ära gehören und somit extrem viel Entwicklungspotenzial meiner Meinung nach mit sich bringen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu Pokémon Sentai Elite Trainer Boxen? Macht es Sinn, sich die ein oder andere in seinen eigenen Bestand einzukaufen und für ein Investment beiseite zu legen? Oder lasst ihr komplett die Finger davon? Das würde mich mal brennend interessieren. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald. Ciao, ciao.